Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zatuichi. Heute müssen wir uns alle strecken, denn ich male eine Giraffe. Auf geht's! Das ist der Kopf. Ein Öhrchen. Jetzt kriegt sie noch ihr obligatorisches Horn. Also eins der zwei. Das ist ja kein Einraffe. Als nächstes folgen Auge, Nase und Mund. Okay. So. So. Erstmal den Hals. Ja. Das sind die Flecken. Ja. Ja. Jetzt ist meine Giraffe fertig. Strahlt euch an und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mhm. Ja. Vielen Dank.